Lindsay Won ist am Boden zerstört, so postet sie auf Facebook. Der US-amerikanische Skisuperstar hat seine Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Sochi abgesagt. Grund für den Verzicht auf den Wettkampf im Februar seien anhaltende Knieprobleme, wie Won auf Facebook mitteilte. Das Gelenk ist einfach zu instabil. Nun werde sie sich operieren lassen, um zumindest für die WM im Februar 2015 fit zu sein. Won hatte geplant, trotz eines im November erlittenen Kreuzbandrisses an Olympia teilnehmen zu wollen. Mit ihr verlieren die Spiele nun eines der prominentesten Gesichter.